Oh 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 Shit, start, 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 start. Meint jetzt sie. Stopp. Oh fuck fuck fuck. Start, 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 start. Okay, wir wollen gleich mal gucken, was mit dem Yo-Ya-Mark passiert ist jetzt. Ja, müssen wir auch hier machen. Okay, stopp. Scheiße. Ich hatt's grad noch so draufgekriegt. Du auch? Ja, ja. Herzlich willkommen. Puh. Ah, wie viel Käse fertig ist bei mir hier. Die Geister fühlen sich heute neutral. Wollen wir jetzt ein bisschen schneiden? Oh. Hallo Lüdi, würde gerne... Ah, das wird doch festgesetzt. Ah. Was? This year your secret friend is... friend is alles klar. Okay, Niki. So. Ja, ich muss aber noch deine Tiere entschägen. Ah so, stimmt. Ja. Wir haben nur vier Heubeinen. Oh fuck. Müssen wir einkaufen bei Mani. Shit, ja. Wenn sie gerade, wenn sie gerade da ist. Das weiß ich ja. Wenn Mani da ist, ja. Fuck. Fuck. Aber Hühnerstadt hat sie gebaut. Ich habe irgendwie Angst, gerade in die Stadt zu gehen, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich hoffe nicht, bevor die Katze getriggert wird. Ja, Moment. Ich bin gleich fertig. Ich werfe die Eier jetzt schnell in die Mayonnaise-Dinger. Dann muss ich kurz bei mir runter, werfe die Milch in den Käse-Macher. Ich habe keine Katze, wenn man in die Stadt läuft. Puh. Du hast gewacht. Ich bin aus hinten reingelaufen. Auf Versehen. So. Ich bleibe jetzt auf dem Eingang der Stadt stehen und warte auf dich. Ich bin nur unterwegs so so und dann gehe ich zu Mani. Wenn sie da ist. Wenn sie da ist. Hallo. Da Schellen. Mal sehen, was aus dem Yoja-Markt geworden ist. Ja, echt gespannt jetzt. Äh. Stimmt. Bis oben. Hüpp. 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 Movies? What? Hüpp. 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 L Resident. Hüpp. Böv. Hüpp. 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 Böv. There is n. Kranspiel. Whatdafuk. Der Gabaner is auch hier. Hüpp. Gib dran reliesern. Oh, wie vieles Carnen geht, du buss. Das wirft den Gaben. Was ist das denn für ein Typ hier? Ein Settel. Kann sich nichts kaufen hier. Dann muss es mit einem Gast herkommen, hä? Kann ich Handy mitnehmen, oder was? Wahrscheinlich. Oh. Leute. Okay, mal sehen. Mal sehen, was wir uns hier angucken können, Niki. Die Geräusche dazu. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Okay. Aha. Müh. Müh. Wenn das mit Discord geht, weil er will. Okay, mir war einer nach vorne jetzt. Oh. Cool. 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 Mal sehen. 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 Diese Frau ist nie da, oder? Doch, ab und zu mal, aber nur sehr kurz, wenn man Pech hat. Ist aber das gleiche wie mit Robin manchmal. Immer dann, wenn man sie braucht, ist man nicht da. Ja, ich muss jeden Tag immer runter gehen und gucken, ob Marnie da ist. Marnie 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 Räumen Marnie Ciao. Hm. So, nichtsdestotrotz, ich brauche immer noch einen Fluss-Jelly. Oh, da ist Money. Sieht wahrscheinlich nicht an den Laden jetzt. Warte, lass mal kurz gucken. Nee. Die macht Feierabend. Ja, die macht Feierabend. Musst am nächsten Tag noch mal hingehen. Aha, da hat jemand in den Müll rumgewühlt hier. Ich kann dir seine Mülltonne nicht anklicken, Niki. Ich habe gar nichts getan. Natürlich würdest du niemals gehen. Ich weise wirklich jegliche Unterstellung von mir ab. Schönen Sieg. Schönen Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pudermelonen sind auffällig. Jetzt aber Getreide los. Okay, Gas wie eine Kokosnuss. Ja. Okay, jetzt aber. Okay. 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 Na dann geh ich vielleicht mal in die Wüste. Deal! Obwohl, kannst du gar nicht mehr bringen. Könnte ich machen. Wir müssen mir nicht gleichzeitig, also wir müssen nicht Geld ausgeben, doppelt. Um einen scheiß Buch mitzuholen. Äh, zwei dann. Na, ich guck dann, da ich das Geld ausgeben brauche, wozu dann auch in die Hülle gehen. Ja, wenn du es schon ausgibst, dann ist das bisschen das auch lohnen. Hä? Oh. Was ist denn der Schmied denn? Der muss doch noch in der gleichen Ecke sitzen. Nein, hier sind sie. Hä? Ist ja jetzt nicht im Laden. Ach so. Kann passieren, dass er mal nicht da ist. Dann geh ich zu Marni. Wenn wir einmal Geonen wieder auffreschen. So, hoff ich es auch mal, dass ich auch eine Kokosnuss direkt finde. Da liegt direkt eine. Ein zwei. Am besten. Ey Mann, du bist ja da. Wahnsinn. Vielleicht sogar noch eine zweite. Und noch eine dritte. Und noch eine vierte. Eine vierte nicht, aber da liegen auf jeden Fall schon mal drei Stück rum. Ja. Ey, wir müssten eigentlich das Tierkatalog holen. Dann kannst du, du kannst auf Marnis Laden zugreifen, wenn sie nicht da ist. Hm. Ähm. Lass mich lang. 5.000. 5.000 ist ja nix. Soll ich's holen? Also wenn's nur 5.000 kostet, dann ist das echt nix. Ja. 5.000 hab ich Gold. Oh nice. Hier Katalog. Ah. 5.000 um einen Fähigkeit zu haben. Ah. Ich muss das Tier aufräumen um Marnis. Äh. Also 10.000 insgesamt. Was? Hä? Du musst das Buch. Du kannst die Fähigkeit erlernen. Achso. Ja. Du musst es dann auch. Dann quasi in dem Fall. Ah. Weiß ich. Das ist dann quasi. Das ist dann einfach nur ein Fähigkeitsbuch. Erlern. Und erlern. Oh, 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 oh. Juh, Iridium. Hat sich ja allein schon für das Iridium gelernt hier. No worries. Drei Stück? Nice. Jetzt haben wir Iridium jetzt. Toll, mit den Rubinen habe ich auch das Geld wieder drin. Monster Befall. Monster Befall. Monster Befall. Monster Befall. Puh. Puh. we have two. Puh. 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 Ich mach den Monster voll nicht, nicht in dieser Höhle. Hey, ich fahre ein paar Freunde zu einer Zeremonie zu einer Steinverhöhung einladen, aber ich frage ein paar Kristalle um die richtige Energie zu kanalysieren. Sonst könntest du mir dabei behilflich sein. Hä? Wo hast du die Quessels plötzlich hier? Ne, hier bei den Brettern hab ich. Achso. Kristalle, was? Soll ich mal auf den Antrag annehmen? Also die Frage, welche Kristalle? Ja, das ist auch... Was hab... Letztendlich ist die Wahl. Ah, Rubin, Topaz, Marag, Jade, Amethyst. What the fuck? Also Rubin hab ich. Aber jeweils, jeweils nur einmal. Wie gesagt, die hab ich. Da sind wir gucken. Da sind wir Emily Brain, glaub ich. Ja. Ah, fuck. Falsches, falsches Alte mit der Hand. Hä? Aufsweit angeflogen. Bis doch. Da hab ich. Da hab ich nen Haufen Nahrungsmittel dabei hab, ey. Okay. Amethyst haben wir. Amethyst hab ich. Okay. Ne Jade haben wir auch. Und Topaz haben wir auch. Hm. So, warte mal. Amethyst, Jade, Topaz. Rubin hast du? Rubin hab ich. Wir brauchen nur noch ins Markt. Wir brauchen nur noch ins Markt. Wir machen nur noch ins Markt. Erdnullst's. Erdnullst's hierzu. Erdnullst's. Ich hab'n Dinosaurier, ey! Ein Dino! Der Metall ist voll, fuck, äh, komm mit. Hast du nicht grad einfach umgeweht? Scheißfeuer. Ähm, die da hin. Oh fuck, ja. Ich hab' die Wurzeln. Das ist einfach noch das Wurzeln. Woher was? Okay, ich hab'... Okay, ich hab' ein Wurzeln, mit dem Beach. Mit dem Beach? Beach? Hab'n nicht mehr. Aus dem Weg! Ich muss hier durch! Ich soll jetzt mal alles verkaufen, was ich nicht brauche. Also, inklusive den Rubin. Das hier weg. Das hier. Das hier. Wir brauchen nur zwei Kokosnüsse. Äh, Dinosaurier-Ei. Da kann man Dinosaurier-Mamel... äh, Mayonnaise draus machen. Ja. Am Tisch kann weg. Das kann man behalten. Das kann man behalten. Das da kann weg. Äh, 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 äh. Das da kann weg. Eine weg. Da bräuch' ich eine von. Okay, das passt. Der Winter kann ich später ausräumen. Und Stopp.